Hallo, mein Name ist Wilma. Ich zeige dir, wie man ein kleines Nonster ohne große Hilfsmittel macht. Eine Sache wo weg? Bitte abonniere meinen Kanal, drück den Like-Button und hinterlasse nette Kommentare. Ganz herzlichen Dank. Jetzt fangen wir an. Im Video der letzten Woche habe ich gezeigt, was man alles braucht. Ganz wenige Dinge. Und jetzt zeige ich im Schnellverfahren, wie es geht. Mach es wie ich. Fang einfach an und freu dich auf dein tolles Ergebnis. Ich zeige dir, wie es geht. Ich zeige dir, wie es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020